ist das ding an super dankeschön was geht du hast gerade dieses video angeklickt weil du entweder heftig gemisst liegt hast oder weil du meinen kanal schon kennst das kann natürlich auch seine danke anyways dafür dass du das getan hast das wäre schon mal das erste das zweite ist du siehst jetzt in den kommenden paar minuten mein best of 2023 es ist dezember es kommen noch ein paar clips sagst du ach scheiß drauf okay die machen wir nächstes jahr rein okay ja das machen wir so das fällt keinem auf lol ja das heißt es gibt ein paar gameplay clips es gibt ein paar perfectly cut screams so das übliche halt was man auf meinem kanal so sieht an gameplay heutzutage ja ich hoffe es ist lustig und anyways lange rede ganz kurzer sinn viel spaß bei meinem recap ich meine natürlich bei diesem video ich meine natürlich bei diesem best of ich meine natürlich oh mein gott weg mit diesem scheiße jetzt roll the clips alter was stop kick in deiner fresse alter Ähm, warum schaust du mich so an? Was ein Typ? Was ein Typ? Wow, was war das denn? Ja, nee, das lassen wir komplett sein. Heilige Scheiße. COD ist einfach Game Too Hard. Ganz ehrlich. Anyways, hier geht's der COD weiter mit einem Trinkspiel in Deep Rock Galactic. Super Mischung. Ja, man kann es dir schon vorstellen, das war komplett Chaos. Also ja, viel Spaß dabei. Wir sehen uns gleich. Later! Vom Bad und muss direkt einen trinken. Wir haben dich bestimmt nicht zurückgelassen. I'm not ready. What the fuck? Ich sehe schon, Hagen bekommt der Alkohol schon gar nicht. Ja, Jan, wir wissen alle, dass du dir direkt eine Zwergin mit Bart geben würdest. Wer würde es nicht? Ey, what the fuck? Ja, wenn schon mit Bart, Junge, was denkst du hier? Ja, bei dir ist das ja egal, bei dir kann ein Fell überall sein. Was ist das eigentlich für ein Job of Death? Digga, was zum Fick ist hier los? Ready to leave. Wow. Ja, bitte muss ein. Gut gerettet. Oh! 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 Das ist ein Alkohol. Ich hab mein eigenes Gewicht in Alkohol gepumpt. Oh! What you're seeing here is an Alkohol gepumpt. Das traur ich mich auch. Mit dich, Enigas, hast du dir eine Zip-Line gemacht. Du fette Sau. Du absolute faule fette Sau. Ich bin nicht mal hochgekommen. Entschuldigung. Junge. Du stehst schon hinter meiner Sentry und du schießt trotzdem drauf. Ja, es wird immer schwieriger hier mit denen. Wir sind ja gar nicht. Oh Mann. Ich hab voll die Prense. Kein Problem. Ähm. Hagen? Ja. Ah, gutes Timing, Juri. Oh! Hahaha! Der hätte was sagen können. What the fuck is that? Das ist was? Es wird immer größer. Ey Jonas, wir brauchen die Hotzerie für den hier. Schieb's ihm mal ganz tief in den Arsch. Mann. Warte. Warte Ide, ich helfe dir. Ich komme von der anderen Seite. Hm. Group Jacking Session. What the fuck? This game fucking sucks. What the fuck? What? What? Na, nein! Fuck! Er schieb, 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 schieb! Mann! Ja. Dann sind wir richtig halt abgekackt und so. Aber na ja. Was soll's. Weiter geht es jetzt zu Portal 2. 2 3 4 3 3 4 4 4 5 5 5 6 5 6 Egal Ich hab's almost dropped the ball on this one. In your ass. Wo denn? Is this? No fucking way, Alter. Don't fuck it up, don't fuck it up. I'm stuck. I'm stuck. What the fuck? Au, au, au. Wie schon gesagt, das lief einmal frei und wir haben einiges gutes für die Wissenschaft beigetragen. Auf jeden Fall, im Oktober gab es eine Open Beta für The Finals. Und hier war mal mega was Neues. Wir haben mega viel Erfolg gehabt, sind mega gut gewesen und haben mega krasse Taktiken mit Mega Aim vereint. Um vielleicht zwei Runden zu gewinnen. Anyways, here is the finals. Now, the Jet Setters, the Steam Rollers, the Retros, and finally, the Shock and Awe. The Retros! Nobody! Ich geh aufs Dach. Nee, geh nicht aufs Dach, Alter. Es ist zu spät. Was? Zu früh! Was? So viel Mischung! Okay, hol's dir. Hilfe! Habe ihn! Nice! Kannst du mich holen? Lass weiter, mein Kämpfer. Nein, Ulrich! Und der Weg! Er hat mich... Was? Oh, shit! Hebenbrüffeln! Nein! Scheiße! Der Schampfer, das hospelt anders, oder? Ich hab' den Schampfer... Das ist weggeflogen. Nee, nee. Okay, ich kann dich unterstützen. Wir haben Schilde? What? Wir unter dir genau zwei Stück. Oh Hendrik, das ist der Tod. Das ist der Nackersbach durchschaden. Was? Was? Renn, renn, renn. Oh. Mann, Max, was machst du? The Shock and all will need to reboot. Teamwiped. Das ist ein absoluter Schocker, Scotty. Ich geh auf A. Ich zieh durch, Junge. Ein Freund! Easy win. Ich bin Bill different Hendrik. Das war eine richtig sicke Runde. Wow. Yes. Ja, das war chaotisch, laut und vor allem zu wenig. One release. Ja, das Bootcut bei TGA geshadowdropped. Also, whatever I just said, fuck it. Auf jeden Fall, hier geht es jetzt um 2023 und nicht um die Zukunft. Deshalb, hier ein Spiel, welches für Kinder gemacht wurde. Super, ne? Naja, man kann da noch lustige Momente herausziehen. Glaubt mir, ihr werdet es gleich sehen. Ähm, die Rede ist jetzt zu Ende, by the way. Das Spiel nennt sich Sagbar A Big Adventure. Weiter geht's im... Im Programm? I guess. Ist das hier im Programm? Keine Ahnung. Weiter geht's. Los jetzt. Let's fucking go. Mitmachen, nein. Was ist das? Ja! Ja! Joa, I'm sliding. Man in meinem F**k! Take another moment, Tyrion. Hop 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 hop! Funktioniert nicht! Oh ho ho! Was ist meine, dass du stirbst? Wenn ich noch jemanden verliere? Fuckin' da ist. Wo würde ich mich selbst verlieren, Junge? Das ist quadiell. Ich konnte irgendwie nicht beitreten, ja also mein Charakter ist nicht gespawnt. Achso, deswegen steht auch keine Banane vor mir, ne? Ah fuck, gar nicht wahr. Warte, 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 warte! Oh, jeder eins. Oh, wie viel? Jeder? Wir müssen mitreden, ne? Ja, wird das was? Irgendwie nicht. Ja, wer von euch zieht denn nicht? Ja, ich! Nicht! Nein! 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 Das ist jetzt, Junge! Nein! Oh, wie geht das denn? Jetzt zieh's raus! Es geht nicht! Nein! Oh fucking nein, Junge! What the fuck? Was? Das ist genau so, wie... Habt ihr den Strom abgeschaltet? Ich mach jetzt eine elektrische Arbeit. Ja, ja! Bumm! Nein! Höh! 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 Höhöh! 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 Brem Moment! Höhöhöh! 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 We can suck my banana. Ist das Ding von der Puschnik? Bruh! Acker, oder? Ah! Mist! Oh! Nein! Du bist so hell! Wer seid ihr? Ach, das sind die Eltern. Woops, sorry! So, als ultra krassen Kontrast machen wir es jetzt mal so dunkel wie möglich, so böse und fucking nochmal panisch wie bei GTFO. Das Game heißt so, GTFO, also würde ich mal sagen, get the fuck out. Nein, bitte schaut das Video weiter, Dankeschön. Ab in die Dunkelheit, gemeinsam. Let's go. Oh scheiße, die Kamera fokt mich. Nein! Oh! 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 Hat da jemand nicht ganz aufgeladen? Enttrick! Was willst du denn von mir? Geld! Junge! Du schiebst immer die Schuld auf mich, du bist so ein Arschloch, ey! Meine Fresse! Noch einer, noch einer, noch einer! Oh mein Gott! Sauber! Oh! 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 Hey! Oh! I'm not! Oh! Oh! It's good! That's cool. Nö! I have to g&p! Ich hab mein Fantry. Nein, nein, nein! Nein, das ist ein Sparer! Nein! Nein, nein! Was ist das? Was? 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 Es ist gar kein... Oh, da kann ich. Was? Ich mache einen Freak von dem. Und einer! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Und somit sind wir schon am Ende angelangt. Wenn du es bis hin geschafft hast. Riesen Respekt an dich. Heilige Scheiße. Nice. Geil. Vielen Dank. Wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Das wäre dann in einem Jahr, lol. Fuck it. Ciao!